Borussia Mönchklapper gegen Bayer 04 Leverkusen. Ja, Anstoß. Für. Okay, Borussia und los geht es. Und Arman. Hofmann. Und das Tor für Borussia Mönchklapper. Vierte Minute. Matthias Ginter. Warte, ich bin kurz weg. So. Vierte Minute, Tor für Gladbach. Matthias Ginter. Ein schönes Tor. Und Ginter macht das erste Tor für Borussia in dieser Saison. Und so kann es gehen. Anschluss für Leverkusen in die zweite Halbzeit. Nach dem Tor für Borussia kommt Leverkusen so ein bisschen in die Partie. Wie hier. Wendel. Flanke. Nicht sinnvoll von Jonas Hofmann. Vorsitzende. Halt den Ball für die Glabacher. Und Player. alles am player flanke und da ist keiner lol und schön durchgeschickt kari bella rabbi bella rabbi schießt und sommer hält den ball starke parade von jan sommer wasser im ball von kramer wendel wendel piszczek und jan sommer hazard kein schlauer kopfball von torgen aber das müsste ausreichen bella rabbi schwacher schuss und player und torgen asa asa ja riesen tor chance doch borussia kommt jetzt gerade nicht ins spiel leberkusen kommt bailey und vorhand und vorhand 1 schade 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 Oskar Wendt, alles am Player und Ecke Hofmann, Oskar Wendt und in der Mitte ist Hazard, 2-1 Klappach, Torgen Hazard mit dem Kopf nach der Flanke von Oskar Wendt, Klappach führt mit dieser Flanke und mit diesem Kopfball kann man sich zeigen lassen für die Champions League, Torgen Hazard, 2-1 Na, Zakaria, verliert doch an den Ball Oh, Leon Bailey Keiner kann ihn toppen Pischdeck Und da ist Kai Harvats Nicht das Tor Habe die Riesenchance Ist auf jeden Fall noch da Harvats Foulspiel Kevin Volland Und Pischdeck Pfosten Für die Werkself Und Gladbach Kontert Hofmann Jan Sommer Philpass Von Hofmann Party Und die Werkself immer noch im gegnerischen Angriff Man hat mich 걸로 Lovat Vendel Wendel Patrick Hermann Halbzeit ist stets 2 1 für die Borussia Radetzky muss nach diesem Tor von Hazard muss er aufpassen weil Borussia das alles schnell ändern kann mit drei Toren können die Borussia es noch toppen oder bleibt es so oder kassierend die Fohlenelf dieses Tor Nordweit Wendt und Nordweit Sommer und die Fohlenelf Hermann Player alles am Player das war nicht so eine starke Flanke gewesen w oder die Fohlenelf die Fohlenelf die Fohlenelf das wollen das hat die Fohlenutz und die Fohlen habe geschläge die Fohlenelf die Fohlenelf Boah, das war fast das Tor, jetzt müssen wir wechseln. Ich glaube, dass Raphael das toppen kann und dieses Spiel auch nochmal entscheiden kann. Sagen wir es mal so. Und abwärts. Nein. Boah. So, mal. Oh. So, Jan Sommer werden hier ein klares Tor kassiert, aber wir haben ja auch einen guten Torwart. Let's fucking go. Run. Nein. 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 Vielen Dank. Und in der Mitte. Scheiße. Hofmann. Und Einwurf. Für Gladbach. Doch. Boah, Jan Sommer haut hier Paraden raus. Fabian, kannst du dich auch mal die letzten paar Minuten stoben? Bitte. Ermann. Ja. 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 Ja.